Erleichtern Sie Ihren Start in den Tag mit dem stabilen Anziehgestell Belsaner Engel. Der Belsaner Engel eignet sich besonders gut bei Bewegungseinschränkungen und ermöglicht das leichte Anziehen ohne Bücken. Für einen besseren Griff und zum Schutz des Gestricks empfehlen wir die Belsaner Gripstar Spezialhandschuhe. Achten Sie darauf, dass die schwarzen Abschlusskappen oben sind und zu Ihnen zeigen. Stülpen Sie danach den Oberrand beziehungsweise das Haftband über die halbkreisförmige Stange so, dass die Ferse zu Ihnen zeigt. Schieben Sie den Strumpf mit beiden Händen rundum gleichmäßig über das Gestell, bis die Ferse auf der halbkreisförmigen Stange sitzt. Stellen Sie nun den Belsaner Engel auf den Boden und halten Sie ihn an den Griffen leicht schräg. Schlüpfen Sie mit Ihren Zehen in die Strumpfspitze. Ziehen Sie anschließend den Strumpf mit Hilfe der Griffe gerade am Bein hoch bis kurz unter das Knie. Zum Entfernen schieben Sie einfach das Anziehgestell nach unten aus dem Strumpf. Legen Sie jetzt den restlichen Strumpf Stück für Stück am Bein an, aber ziehen Sie ihn nicht am Bündchen oder Haftband hoch. Bei Schenkelstrümpfen muss das Haftband zum Schluss noch umgeklappt werden. Jetzt nur noch das Gestrick am Bein gleichmäßig verteilen, denn nur ein korrekt sitzender Kompressionsstrumpf kann seine volle Wirkung entfalten. Weitere Infos finden Sie unter belsana.de. Belsana – gesunde Beine in Bestform.